Es ist unser Weihnachten und das ist meine Familie. Das ist mein Opa. Weihnachten mag er überhaupt nicht. Lena und Sven, sie streiten eigentlich immer. Sogar Weihnachten. Meine Tante. Immer hat sie schlechte Laune. Oh, ich bin Ella. Ich finde Weihnachten doof eigentlich. Fröhliche Weihnachten mit den passenden Geschenken von Ikea.